ja hallo leute was geht heute mal wieder black ops 2 ich spiele heute mal nicht wie üblich die vector nein heute präsentiere ich euch meine crank sniper klasse mit dem dsr 50 ja auch ich bin ein gefährlicher quickscoper ich habe es nämlich richtig drauf ja ich denke mal man hat spätestens jetzt schon erkannt dass das natürlich nur ein scherz war spätestens jetzt muss man es gesehen haben ja ich mache heute mal so ein kleines ja wie soll ich es nennen spaß spaß live commentary aber immerhin 22 ach immer diese scheiß hauptquartier zerstörung ja im modus wie ich wie ich schon zu sehen hauptquartier es sollte eigentlich nur ein kleines info video werden weil ich gestern einige probleme hatte mit meinen videos und ich will jetzt nicht dass die qualität schlechter wird als wie sie schon ist also die qualität wird natürlich noch besser werden ich meinte nur weil ich habe gestern ich kann ich es immer kurz erläutern ich habe gestern nämlich ich habe gestern ein video exportiert nebenbei habe ich dann noch ein video hochgeladen das war glaube ich dass das war jetzt hier dieses und dieses länder ding den dritten teil und da gab es mega probleme das war dann so dass okay es lag vielleicht auch daran dass mein dass ich noch nebenbei geskypt und einen live stream gesehen habe aber der war dann so überlastet dagegen wirklich gar nichts mehr das war wirklich ziemlich heftig ich finde einfach nicht die taste für ah ja die war es ahaha geh da war dann mein pc so sehr überlastet ich konnte wirklich nichts mehr machen dann musste ich erstmal warten bis bis fertig programmiert war man warum sag ich immer programmiert bis bis fertig dass es fertig exportiert hat und dann ging so langsam wieder alles halbwegs weil gerade beim exportieren da der porten ordentlich durch ja deshalb werde ich nicht schaffen halt gleichzeitig wieder hochzuladen und zu bearbeiten ich kann auch währenddessen nicht zocken ist ja irgendwie logisch nach schlecht und ja deswegen es wird jetzt vielleicht nicht jeden tag ein video kommen manchmal kommt vielleicht auch zwei oder so aber ich will jetzt auch nicht übertreiben aber manchmal schaffe ich dann halt nicht wenn ich kein video grad da hab ich kein video da hab dann dann kann ich halt nichts hochladen und dann muss ich halt erst was neues erspielen dann muss ich es neu kommentieren wenn ich jetzt nicht gerade live machen dann muss ich exportieren und dann dann hochladen ist es alles und ja wenn ich jetzt nicht live mache dann ist es dort ist alles so ungefähr also ein 15-minütiges video lädt bei mir 90 minuten hoch exportiert 40 minuten das heißt da bin ich schon bei genau auf jeden fall eine ganze menge da schaffe ich vielleicht ein bis zwei videos am tag wenn ich wenn ich nichts anderes vorhaben ja ich habe ja auch noch schule auch wenn nicht mehr lange aber muss ja auch noch was machen und deshalb ja kann ich nicht durchgängig produzieren so sagen könnte deswegen wird hier halt ein wenig auf also so richtig drauf habe ich noch nicht aber aber ich mache immerhin schon ein paar kills na ja ja noch was noch was ja sonst ist eigentlich erstmal alles geklärt ja ok sind jetzt alle tot oder wie na ja ich finde auf jeden fall gott hilfe scheiße naja ja das war natürlich ich wollte es mal probieren und ja ihr seht halt was draus geworden ist ne schneiden ist nicht zu meinen dingen oder der der war aber echt nicht schlecht der war wirklich gut ach du scheiße ach du scheiße wo kommt die karte ja ja schön merkt man mir eigentlich an dass ich gut gelaunt bin ich bin richtig gut drauf vielleicht liegt das daran ja dass ich in einem mathe test für den ich überhaupt nicht gelernt habe zwölf punkte gekriegt habt für die unter euch die nicht wissen was zwölf punkte sind das ist eine 2 plus und dieses plus sagt auch eine ganze menge aus ooooh also 2 plus in mathe ist für nicht lernen ist es schon richtig gut ich kann euch sagen warum das gut ist wenn ich nicht lerne kriege ich eine 4 wenn ich lerne kriege ich eine 3 und wenn ich nicht lerne aber richtig gut abschreiben dann kriege ich eine wunderschöne 2 plus bis 1 ja ich weiß abschreiben ist scheiße das ist auch nicht so gut fürs abi aber ich habe ja dann zeit zum üben wenn ich nicht gerade zocke was macht er denn hier ja ich erstmal einen fetten no scope gegeben ey voll fett mit meinem no scope in seine non kack fresse naja ok so wo sein er wird diesen modus verstehe ich irgendwie nicht ich verstehe das spawnsystem hier nicht die wechseln doch immer oder zack oh hat er mich gesnipen ne oh warte mit so ner waffe ne 9 zu 17 also so schlecht ist es gar nicht muss ich mal so sagen ich hätte jetzt echt gedacht ich mache hier so ein mäßig 3 zu 30 oder so es ist schon es ist schon alles komisch ne da ich dachte den kriege ich jetzt noch weggekackt aber er hat überlebt achso ich dachte kurz ich dachte gerade da rechts unten sind die punkte und die gehen rückwärts aber links sind ja die punkte ne ja ähm na los komm oh was da ist der rinne oh man so leute jetzt habe ich mir vorgenommen fünf kills ohne zu sterben schaffe ich das da ist der erste sauber so dann werfen wir denn hier rein die hat da war jedenfalls einer drin aber oh scheiße wo kommt der denn ach das was der ist mit der helo so so freunde der sonne ich schlacht euch jetzt alle ab zack äh oh also zwölf ey man ich bin ja richtig gut ey ja komm komm her ach scheiße ich bin so dumm na los komm fuck ach hab ich mir ein fettes battle geliefert und dann doch verloren feindliche hunter killer drohne unterwegs ja also wie gesagt dieses scheiß quickscopen ist überhaupt nicht mein ding schon gar nicht auf pc ähm ähm was okay ja irgendwie ist mir gerade der gesprächsstoff ausgegangen ah live aber das ist auch echt schwierig wenn man live zockt sich da noch zu konzentrieren pow richtig schlecht ich dachte ach ich sagte auch new character moment blöd was unser perfekt ich habe ihn 1 a mit einem nosecope weggebolzt ihn hier leider nicht da klappt das wieder nicht Oh, jetzt kriege ich auch noch Halsschmerzen. Ah, das kratzt ganz schön am Hals. Naja. Na los, komm, jetzt macht es Sinn. 13 zu 23. Also so schlecht ist es ja nun auch nicht, ne? Na kommt, jetzt mach doch mal dieses Hauptquartier kaputt. So, oh, fuck, der Blitzschlag, der war ja mal richtig... Der war ja mal... Feindliche MQ-27 Dragonfire im Einsatzgebiet. Oh, haha, nice. Nice. Ich den weggebolzt hab, äh, bam. So, kommt, Leute, jetzt nehmen wir mal die Scheiße hier ein, wenn es gehen will. Ah, das war ein bisschen dumm, dass ich da reingerannt bin. So, alle Leute tot, oder wat? Und weg. Schöne Scheiße. So, jetzt reicht's. Oh, wat? Ich dachte, das wird ein Doppel, oder so. Ach, scheiße. Irgendwie zieht der ganz schön langsam. Liegt das an der Waffe, oder liegt das an... an einem Perk? Oh, die meisten Klickscoper, die machen das doch immer so schnell, oder? Hm. Juhu. Und jumping in the loch, and then... Ja, wat? Ist das ein dreckiger Camper, den hole ich mir jetzt. Hier campen bestimmt auch, ne? Hm, nö. Irgendwie ja nicht. Und zack. So. Ich werd mich jetzt hier hinten hin campen. Und wenn dann einer kommt... Ja. Dann wird der sterben. Haha. Feindlicher Blitzschlag steht bitte. Hauptquartier online. Ah, steh auf. Ja, okay, wenn da so viele kommen, dann ist das ein bisschen... ...schwierig. Äh? Wohin ich grad'n Feind? Ah, los, komm. Den hole ich mir jetzt, den hole ich mir, den hole ich mir. Ich hab' gesagt, den hole ich mir. Und? Was war? Ah, Lack. Ach, du Scheiße. Oh, Hilfe. Ei, ei, ei. Oh Gott, der Krieger. Jetzt holen die hier nur auf, oder wat? Das darf nicht so lange gehen, die Runde. Ah, jetzt läuft's wieder. So. Oh Gott. Ich hab' ihn gesehen da, wie er da gelegen hat. Die kleine Ratte. Scheiße, ich wollt'n Messer. Mit meinem Wurfbeil, mit meinem Hackebeil. Ach, das war's. Ja, Leute, das Spiel ging 15 zu 32 aus. Ja, für die erste Quickscope-Runde in meinem Leben auf PC. Okay, wirklich, eigentlich gar nicht mal so schlecht, finde ich. Jo, 15 zu 32. Die Runde ist vorbei, ich sag' reingehauen und bis zum nächsten Mal.